Mystische Fotoidee. Kniet euch auf ein Feld oder eine Wiese, macht so ein Bild von euch und macht das Bild in die App PixArt. Geht hier auf Foto hinzufügen, um ein Bild von einem Sturm hinzuzufügen. Geht auf Ausschnitt und Himmel, damit sich der Himmel automatisch an euren Himmel anpasst. Geht dann nochmal auf Foto hinzufügen, um zwei Äste hinzuzufügen. Ich hab von denen dann noch etwas die Farbe angepasst. Geht anschließend auf Zeichnen, wählt die Farbe Dunkelrot aus. Und geht damit über die Stelle, wo die Flügel euren Körper treffen. Geht jetzt nur noch auf Aufkleber, sucht nach Blatt. Wählt zwei Stück aus und fügt sie auch jeweils an die Stelle, wo die Flügel euren Körper treffen, hinzu. Ich hab dann noch etwas die Farben angepasst und that's it. Aus welchem ich wissen, wer das Endergebnis findet.